was glaubt freunde euer Ilarion Gamer ist hier und heut ähm ich hab eigentlich schon sehr lange durchstellt ja ungefähr zwischenzeit an fünfzeiten an wie kann man streamen egal sag ich dir später er ist kein bock das zu sagen im video ja ok das Sonata ping kommt wieder Junge warum hab ich denn so einen scheiß ping wohingegen zeltet nur komplett geht es ein joke der Mann schaffst du mal wenn ich live mache ich immer so ein Brocks Internet sonst immer 10er ping und so und jetzt kommt es verkackt ich mach gleich Video glaube ich gut die Chanel aber direkt unter mir ist einer bei mir simant ich hab den ich hab den unten noch eingegangen mitten 200er ping habe ich seine Ehre geflaxt noch einer ich hab gerade ein Lagerfeuer geplaced ich hab schon leer leider ja Leute hat ja mal eine Pump für mich das ist die ehre hier sind noch welche ich hab den gesehen warte ich hab den gesehen es ist einfach mal nicht hier das ist doch er kommt mal kommt mal sie gehen ich habe mich an der dritten und und Ah! Heiner hat einen 60er Hit. Den gab es Gott bei mir. Nein, Digga, ich hab doch gebaut. Starkleiter holt ihr easy. Stark. Brooklyn, save mal. Ich meine, save mal. Dass du den holst. Komm. Komm, ich bin auch von der Flucht. Okay, eine Fluch. Warum ist die Flucht? Das ist der Flucht. Ja, die Flucht. Ja, das ist der Flucht. Mann, ich bin aus. Ich bin aus. Spannende. Ja. Ja, ich bin aus. wenn ich wieder junglich zu sagt mein leben wendige trader digga die wendige trader digga der drei sieben kills als ob die leute reinge trade hat mich einfach geholt kommt der gg die leute ich glaube ich bin jetzt den livestream wegen mein ping lasst den like abonnieren nicht vergessen und ciao